Hi, wie geht es dir? Ich werde dich begleiten. Er raucht nicht. Er raucht nicht. Er raucht nicht. Er raucht nicht. Komm und hilf uns. Wir alle schwiegen. Wir alle schwiegen. Ich hoffe, du hast Spaß. Ich hoffe, du hast Spaß. Hier sind fünf Stifte. Hier sind fünf Stifte. Er hat den Weltrekord gebrochen. Er hat den Weltrekord gebrochen. Der Zug war überfüllt. Der Zug war überfüllt. Der Zug war überfüllt. Was ist in dieser Box? Was ist in dieser Box? Es scheint draußen warm zu sein. Es scheint draußen warm zu sein. Es scheint draußen warm zu sein. Hat der Film schon angefangen? Hat der Film schon angefangen? Das Hobby meines Vaters ist das Angeln. Das Hobby meines Vaters ist das Angeln. Das Mädchen ähnelt ihrer Mutter. Das Mädchen ähnelt ihrer Mutter. Teilen wir die Rechnung auf. Ich schätze, dass sie 40 ist. Ich schätze, dass sie 40 ist. Ich hatte meinen Stift verloren. Ich hatte meinen Stift verloren. Ich hatte meinen Stift verloren. Meine Schwester ist kleiner als du. Meine Schwester ist kleiner als du. Meine Schwester ist kleiner als du. Da ich durstig war, trank ich Wasser. Da ich durstig war, trank ich Wasser. Warst du schon mal in Tokio? Warst du schon mal in Tokio? Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Offensichtlich liegt er falsch. Offensichtlich liegt er falsch. Offensichtlich liegt er falsch. Morgen wird es schneien. Morgen wird es schneien. Morgen wird es schneien. Er ist ihr Freund. Er ist ihr Freund. Er ist ihr Freund. Mach keinen Fehler. Mach keinen Fehler. Ich habe es gekauft. Ich habe es gekauft. Ich möchte meine Eltern anrufen. Ich möchte meine Eltern anrufen. Ich kann nichts anderes tun. Ich kann nichts anderes tun. Ich kann nichts anderes tun. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Dein Fahrrad ist besser als meines. Dein Fahrrad ist besser als meines. Dein Fahrrad ist besser als meines. Wer hat das Fenster zerbrochen? Wer hat das Fenster zerbrochen? Wer hat das Fenster zerbrochen? Ich will etwas essen. 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 Erzähl mir die Geschichte. Erzähl mir die Geschichte. Früher bin ich jeden Morgen spazieren gegangen. Früher bin ich jeden Morgen spazieren gegangen. Jeder mag ihn. Könntest du langsamer fahren? Könntest du langsamer fahren? Könntest du langsamer fahren? Könntest du langsamer fahren? Könntest du langsamer fahren?